Manchmal muss man Urlaub einfach genießen, wobei ich natürlich sagen muss, Leute, ihr wisst ja wahrscheinlich nicht, wie das ist, wenn man Kinder hat. Man hat keinen Urlaub. Man hat keinen Urlaub mehr. Das ist einfach, also ich sage ja meiner Frau auch, also ich weiß nicht, was eure Vorstellung von Urlaub ist, aber meine Vorstellung ist folgendermaßen. Für mich ist es so, der Türkei-Urlaub nach dem Abitur. Ja, damals. Da war es ein bisschen anders. Und da habe ich mit meinem Kumpel quasi zwei Wochen in Türkei für pro Person 400 Euro all inclusive. Auf jeden Fall ist Urlaub, du wachst irgendwann auf, wenn du Bock hast, du gehst runterfressen, gehst wieder hoch, schmierst dich ein, legst dich hin, verbrennst, gehst wieder fressen. Da könnte auch schon das ein oder andere Getränk dabei sein, frisst, legst dich wieder hin, verbrennst, gehst wieder fressen. Diesmal gibt es auf jeden Fall deutlich mehr Getränke als fressen. Und abends gibt es dann quasi, wenn die Sonne untergegangen ist, nur noch trinken. Und dann gehst du irgendwann ins Bett. Im besten Fall mit Kleidung. Ja, oder ohne. Und dann repeat. Mal 14. Das ist Urlaub. Aber mit Kindern ist das natürlich nicht so. Das ist überhaupt nichts. Weil mit Kindern ist es so, dass sie quasi gerade Abitur gemacht haben und eine Woche Malle gebucht haben. For free. All inclusive, natürlich. Weil Mama und Papa machen ja alles. Habt ihr Hunger? Habt ihr Durst? Was machen wir denn heute? Na? Das ist kein Urlaub. Also das ist nicht die Urdefinition für mich von Urlaub. Wie gesagt, Urlaub ist verbrennen, fressen, verbrennen, trinken, verbrennen. Na? Aber mit Kindern, Leute. Mit Kindern richtet man nur danach, was willst du von mir? Ja, okay, ich mach das. Na, und dann läufst du einfach nur hin und her. Nur die Kinder haben All Inclusive gebucht. Ich hab einfach gesagt, ich mache eine Woche Arbeit. Ich mach eine Woche Kellner. Und zahle dafür Geld. Das ist doch nicht richtig. Aber ist die Realität. Deshalb ist es für mich kein Urlaub. Ich sage immer, meine Kinder fahren in Urlaub. Ich fahre mit. Ich helfe denen. Ja, und dann betüdelt man die. Und das ist ja auch das Hauptziel, okay? Eltern sollen gefertigt als Hauptziel haben, dass die Kinder sich wohlfühlen. The dream ist natürlich, dass ich bewusstlos da liege und diesen oben im Spielplatz, der halbwegs safe ist, wo keiner ertrinken kann oder sowas. Und dann spielen die da. Und dann verbrenne ich. Ich verbrenne in aller Ruhe. Und dann trinke ich was und esse was. Wird aber nicht passieren. Mein Gehirn ist so fortgeschritten, dass es in die Zukunft sehen kann. Und deswegen weiß ich schon, ich weiß quasi, was passiert. Und weiß ganz genau, dass ich hier so da sitzen werde. Und einfach sage, was kann ich Ihnen bringen, Ben? Was kann ich Ihnen bringen? Ich hätte gern meinen Kuschelbären. Ja! Und dann gehe ich und bringe ihm seinen Kuschelbären. Und dann fahre ich ihn von A nach B. Ja, geh, geh. Aber so ist das, Leute. Irgendwann wird es wieder so sein, dass ich einfach sagen kann. Ich fahre jetzt mit meiner Frau in den Urlaub. Und ich schreibe Urlaub groß. Und die Kinder sind bei Großeltern oder so. Und dann kann ich ihn doch schön verrecken. Schöne Verreckung. Na, das sind ja die ganzen Leute auf Instagram und so. Die hier irgendwas schreiben. Guck mal, ich bin im Urlaub. Oder ich sage, wo sind denn die Kinder? Wir haben keine Kinder. Oh, ihr macht also wirklich Urlaub? Schön. Schön. Geh weg. Ah, dann anfolge ich die Leute. Hab ich keine Bock. Nach einer Woche folge ich denen dann wieder. Aber ich mir denke, ah, ist ja nicht vorbei. Sauber. Aber einige Urlaubsbilder von anderen melde ich sogar. Weil ich einfach denke, nee. Sowas habe ich nicht mehr. Ja, so ist das. Das ist mein Leben, Leute. Ja, das hat dafür noch Geld. Ripp. Naja, aber irgendwann kommt das alles zurück. Irgendwann kommt es alles positiv zurück. Wenn die Kinder anfangen zu rauchen, zu trinken und Drogen zu nehmen. Ja. Sehr schön. Es ist nie einfach, Leute. Es ist nie einfach. Aber man muss das Beste draus machen. Hat ja natürlich auch schöne Seiten. Aber die kommen nicht vom Urlaub, Leute. Oder ist es nicht so wichtig. Oder ist das. Oder ist das.